Und wieder, hallo, parken an Weihnachten. Wir sehen, was uns erwartet. Es beginnt von vorne. Und wir parken an Weihnachten. Okay, mit den Pfeiltasten, okay. Dann parken wir doch an Weihnachten. Das gibt mir so eine weihnachtliche Stimmung, sind wir der Coca-Cola-Truck. Okay. Und alles andere ist zugeschneit. Taa. Warum war das so ein ekliges Geräusch? Das ist doch so und so schön. Und wir haben es geschafft. Jetzt kommen noch die anderen Level. Warum beginnt es immer von vorne? Spielt das jetzt? Jetzt frage ich mich nochmal. Warum spiele ich gerade? Okay. Ich will nämlich heute mindestens. Hä? Hä? Aber ich war doch drauf. Okay. Ich will heute nämlich mindestens 10 weihnachtliche Parts fertig haben. Denn wenn man mal Betrieb will, wird das auch noch aufrechterhalten werden. Und ich habe sowieso gerade Stress, deswegen. Hm. Naja, vielleicht finde ich ja noch Tribute Game oder so. Irgendwas. Naja, wir werden mal sehen. Ich wusste nicht, dass da eine Wand ist. Wir sehen die Wand immer noch nicht. Ach, so ein Ärger. Ach, da ist auch eine Wand. Okay. Oh, Kreisverkehr. Oh, habe ich das nicht sauber gemacht? Sauber, wie gesagt. Zeit abgelaufen. Ja, wenn du mich hier jetzt erstmal eine halbe Stunde gegen die Wand fahren lässt, dann kann ich nichts dafür. Okay. Ich dachte, wir explodieren. Hatte ich wohl zu viel Hoffnung. Und ich spiele definitiv nicht alle Level jetzt. Haben wir den einen weggeboxt? Okay. Ich bin an der Wand festgehangen. Das Level würde ich jetzt schon noch gerne schaffen, sonst... Sonst habe ich jetzt meine Ehre als Einpacker in Videospielen verloren. Wisst ihr, es ist blöd, wenn man unter der Wand stecken bleibt, kann man nicht mehr raus. Wenn ich nach vorne fahre oder nach hinten, ich frage mich, wie ich dann in der Wand feststecke. Okay. Oh, ich habe sogar rausgeschafft. Oh. Okay. Gut, wir hätten es fast auch auf diesem Wege geschafft. Oh, das stimmt, versuche ich es jetzt. Und wisst ihr, so Weihnachten, das ist eine Zeit der Besinnlichkeit, wo man... Nicht irgendwie... Auch die Zeit der Vergebung oder so. Quasi. Und jetzt stecke ich fest. Ich wollte... Ich crash den Auto. Ich crash das Auto da jetzt weg. Okay. Also, wenn euch einer reinfährt, so ein Laster. Wisst ihr, es dient einem größeren Zweck. Nicht einfach sagen, ey, du blöder Laster. Das sah jetzt sehr unglaubwürdig aus, muss ich da zusagen. Okay, dann muss ich jetzt wieder souverän hier... Puh. Reicht mir. Reicht mir. Reicht mir. Okay. Komm, spülen wir noch die Beine der wieder oben. Bitte sag mir das... Bitte sag mir, dass ich... Dass es sich lohnt, dass ich... Ich fühle mich gerade so wie... Wie bei dem Simpsons-Film Die Abrissbirne. Komm. Wird heute eh nix mehr. Dann jetzt nochmal. Und... Fahrt ihr denn den Coca-Cola-Truck? Denn das ist doch ganz klar der Coca-Cola-Truck. Nee, ein roter Truck an Weihnachten. Gut. Kann vieles sein, aber... Oh. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. 45 Prozent, okay. Und das letzte Level. Geradeaus ist gut, das kann ich. Oh, jetzt sind es schon mehr Autos da. 45 wieder, okay. Das war ein Spiel. Und das ist vorbei. Und ich will nicht sehen. Deswegen, vorbei. Ciao. Es ist... X-Mass Truck Parking. Ist klar. Und wir haben die Dauerschleife erkannt. Okay, ciao.